Wir kommen zur französischen Revolution der Finanzmärkte, die Rache des kleinen Mannes habe ich es genannt. Das Internet hat dazwischen eine ziemliche Macht bekommen und das haben wir schon öfters mal gesehen und jetzt, ja, hat es die Big Boys erwischt. Was hier gerade passiert, wer macht hier Geld, wer verliert hier Geld, das wollen wir jetzt mal ein bisschen genauer angucken. Welche Rolle da Wall Street, ja, man sieht es ja schon, Wall Street Bets hat, wird man dann gleich noch sehen, die eine ziemliche Macht aufgebaut haben. Ich glaube 1,6 Millionen Menschen oder 1,2 Millionen, inzwischen tummeln sich da. Das erzeugt natürlich eine gewisse Power plus Twitter plus die anderen Social Media, ja, da ist auf jeden Fall immer Turbo im Portfolio. Ich stelle gerade in die Frage, die ich mir auch stelle, haben wir jetzt hier eine neue Ära, kommt hier was Neues, wie greifen wir die Regularien in der Zukunft? Small Money versus die Hedgefonds, super interessant, was da gerade passiert, auch mit dem Stichwort Short Squeeze, werde ich dann nochmal gleich genauer erklären, was das ist. Aber was da gerade passiert und in der Vergangenheit schon passiert ist, mit dem, ja, die Mutter aller Short Squeezes, kann man ja so anteasern, war ja die VW-Geschichte. Da gab es ja auch ein bisschen Power. Wir wollen uns dann mal anschauen, klar, viel Entertainment, wird viel Geld gemacht, viel verbrannt, aber ich bin ja immer so ein Freund davon, wenn sowas passiert, gucke ich mir das an, sehe das wie ein Schachspiel und überlege mir, okay, wie kann ich davon profitieren einerseits? Aber was für Risiken gibt es auch, was man vielleicht beachten sollte? Also was ist mein Takeaway aus dem Ganzen? Welche Golden Nuggets kann ich für euch mitgeben oder können wir für uns aus dem Ganzen mitnehmen? Ja, das Erste, was natürlich immer schön triggert und was wahrscheinlich auch die Klicks ziehen wird, den Titel werden wir auch so wählen, ist natürlich Crazy Money. Also wenn man da mal sieht, was da gerade für Kohle gemacht wird, also man sieht jetzt hier irgendwie 324.000 Dollar und mit was für einem Geld da reingegangen ist, Current Price, also es ist schon richtig, richtig crazy, was da innerhalb von kürzester Zeit an Geld gemacht wurde. Meistens sind das jetzt nicht mal, dass die Leute die Aktien kaufen, sondern die kaufen Call-Optionen auf steigende Kurse und das vielleicht sogar noch mit einem Hebel, aber da muss man immer aufpassen, sowas kann auch gegenein laufen, was die Hedgefonds machen, da gucken wir uns auch gleich mal an. Das Krasseste, was ich so gefunden habe, aber das fand ich auch schon richtig Balls-mäßig, ich glaube, er hat 50K investiert und ist bei 11 Millionen plus gewesen. Ich weiß nicht, wo der Aktienkurs da stand, Last Price 65, ich glaube, wir stehen ein bisschen höher, also der junge Mann könnte auch schon ausgesorgt haben für sich, seine Kinder und vielleicht auch schon für die Enkel, also er hat definitiv uns alle wahrscheinlich in einer Woche oder in einem Tag überholt. Also das ist schon richtig, richtig crazy. Insgesamt aber auch erstmal nochmal der Risikohinweis hier, vorsichtig, ihr könnt euch sehr schnell da die Füße verbrennen, also das ist ein ganz heißes Pflaster, da muss man echt aufpassen und da kann man ganz, ganz, ganz schnell auch da Leben langen, so wie die Hedgefonds getan haben. Ja, aber kommen wir doch erstmal, was ist da eigentlich so aktuell passiert? Im Fokus stehen ja jetzt gerade so diese GameStop-Aktien, was ihr wahrscheinlich alle gehört habt. Das ganze Retail-Business, also wenn man mal guckt, irgendwie, ja, CD-Verkäufe liefen seit hunderten Jahren auch nicht mehr mit den GameStops, das ist eh gleiche, Galerie-Kauf hoch, totgesagt, immer nochmal gerettet, aber ja, das Retail-Business ist eigentlich so ein bisschen tot in Zeiten, gerade von Corona, ist nochmal so ein Turbo-Effekt, es gab dann hier irgendwie auch, dass viele Shops von GameStop irgendwie geschlossen werden müssen, das waren natürlich immer mehr negative Nachrichten. Dann die einzige positive Nachricht war Ende letzten Jahres, dass der ehemalige CEO, der noch CEO von Chewy einen ganz coolen Buyout gemacht hat, ein paar Millionen bekommen hat und hat gesagt, ey, GameStop, die sind ja nur im Offline-Market, ich investiere mal, ich kenne mich mit dem E-Commerce aus, ich investiere ein bisschen Geld da und das hat er gesagt, getan und ja, hat dann seine Position so bei 10%, glaube ich, in GameStop irgendwie aufgebaut und dann haben die ersten in Reddit schon gesagt oder so, ja, guck mal, ganz cool. Dann hat er es auch geschafft, jetzt, glaube ich, in der Season in den USA, da ihr Black Friday, weiß ich was, was da alles ist, ja, das Weihnachtsgeschäft, dass das E-Commerce-Business ein bisschen angestoben wurde von GameStop und da konnte man so ein bisschen was drauf absichern. Das sah schon mal ganz gut aus und die ersten Gedanken waren ganz gut, aber die Big Boys an der Wall Street haben sich gedacht, nee, nee, das hier, das Geschäft mit diesen Offline-Stores, das ist vorbei. Und hinter verschlossenen Türen im Clubhouse wahrscheinlich haben sie sich gesagt, ey, wir shorten das, Citron Research war da einer der ganz Großen, die ganz vorne mit dabei war. Dann sind aktuell im, äh, 138% oder aktuell nicht mehr, aber 138% Aktien waren geshortet. Ist das mal die Frage, okay, wie kann man den 138% die Aktien überhaupt shorten? Das Lustige ist, man hat die Aktie ja gar nicht, ähm, man leiht die Aktie sich im Prinzip, also man geht hin als Big Boy, als Hedgefonds und sagt so, ich glaube, da fallen eine Kurse, Bank YY, ihr habt die doch hier im Trägerportfolio, ich würde mir gerne die beleihen zu dem Preis von zum Beispiel 20 Euro und ich setze drauf, dass der Kurs fällt, dann fällt der Kurs auch, zum Beispiel, nimmt man mal an, auf 5, äh, dann hätte man irgendwie eine Differenz von 15 Euro und dann, okay, kauft man die am Markt, äh, sozusagen für 5 Euro, günstig ein, hat die Differenz von 15 Euro und hat ein Geschäft gemacht. So dachten sich das die Big Boys, aber die haben natürlich nicht die Rechnung mit den, ja, mit den Online-Leuten gemacht, beziehungsweise mit Wallstreetbets und dann gab's ein bisschen so ein Problem, ähm, weil nämlich nicht nur ein Hedgefonds, das mit diesem Shorten gemacht hatte, sondern insgesamt haben die Banken dann natürlich immer mehr diese Aktien verliehen und weil die die gar nicht halten und die haben sich nur leihen, kann man die nicht überproportional verleihen und die dachten, die Wallstreetboys, okay, das könnte funktionieren. Aber dann kam sozusagen eine kleine Wende, beziehungsweise auch so ein bisschen angefixt vielleicht schon durch den, äh, ja, CEO von Chewy, der da eingestiegen ist, dass das Online-Business ein bisschen wieder aufläuft und dann haben sich Leute gedacht, hey, das ist doch mal eine spannende Aktie, die schießen wir jetzt zu dem Mond. Und haben dann so, ja, manche Leute waren da schon eine Jahre in Positionen drinne, haben da wie bei so Pump-and-Dump-Geschichten langsam schon mal ihre Ideen in den Markt gedrückt und so ein bisschen, ja, ein Grundrauschen erzeugt. Leute sind so langsam eingestiegen, ähm, immer weiter und ja, dann gab's auf jeden Fall schon mal so ein bisschen Entertainment-Faktor. Die Leute sind eingestiegen, haben versucht, natürlich ihre Meinung einen Punkt zu geben und das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass unter den Videos von uns, äh, bei GameStop, ich hab, glaub ich, gestern gepostet hier, GameSpork, To The Moon, äh, die Raketen überall. Und das hat natürlich das Ganze immer mehr gefeuert und der Preis ist auch schon nach oben gegangen, hat man sehr schön gesehen. Und dann war das immer mehr zum Problem für die Big Boys, ähm, weil die gemerkt haben langsam, okay, ähm, nämlich eine Position, wenn man die im Short hat, äh, man kann irgendwie von 20 auf 15 fallen, man kann auf 0 fallen und einkaufen, aber das ist irgendwie begrenzt. Nur das Problem ist, wenn man jetzt sagt, okay, bei 20, es fällt und es steigt, es kann jetzt Unermessliche steigen und irgendwann muss man dann sozusagen Margin Call, muss man seine Positionen liquidieren, beziehungsweise gegen Hedgen kaufen und das feuert natürlich den Preis immer mehr, immer mehr an. Und so eine Kettenreaktion haben wir dann gerade ein bisschen gesehen, also dass langsam die Hedgefonds ein bisschen kalte Füße bekommen haben oder Positionen liquidieren mussten, müssen vielleicht sogar aus großen Positionen wie Apple und Co. raus, was natürlich dann wieder Datenabrutsch führt. Das ist, glaube ich, das, was die Medien so ein bisschen kritisieren, dass man jetzt die Big Boys doch nicht so kaputt machen soll. Ähm, aber ein Mann, das i-Tüpfelte auf den Ganzen nochmal oder den Schwung nochmal extra beanfeuert hat, war natürlich dann Elon Musk, der noch eine ganz alte Rechnung mit diesen Hedgeboys, äh, aufen hatte, nämlich mit den ganzen Short-Sellern, die damals Tesla richtig in die Bordülle gebracht hatten, weil sie die massiv geshortet haben. Und er dachte sich, why not, bruste ich einfach mal so zu einer späteren Stunde des Abends, in Deutschland war es schon, ich glaube, ich war auch da gerade relativ live, hab's gesehen im Twitter, ähm, ja, Game Stonk, guckt doch mal Wall Street Bets, ohne irgendwie einen genauen Namen zu nennen. Wahrscheinlich, weil er schon weiß, ja, die SEC, die guckt mir auf die Finger, da muss ich aufpassen. Und bam, ähm, ja, hat das das Ganze nochmal befeuert und er hat sozusagen, ja, die Final Countdown-Musik gespielt, oder spiel mir das Lied vom Tod so ein bisschen. Und dann ist natürlich wahrscheinlich, da dachte sich der ein oder andere Hedgefonds-Menture, oh my fucking God, what's going on here? Und dachte, okay, wie kriege ich das wieder jetzt sauber gelöst? Wie erkläre ich den Investoren, dass wir hier gerade ein kleines Problem haben? Und das war sozusagen die Kettenreaktion, die das Ganze noch mehr befeuert haben. Das ist schon richtig krass, was da ist, äh, und dann sieht man halt auch irgendwie, dass ganz viele Leute dann eingestiegen sind, dramatisch, dass sie nach oben geschossen ist. Und die Short-Squeezes dann immer mehr unter der Bredouille geraten sind und das halt so eine richtige Kettenreaktion ausgelöst hat. Und das sehr spannend ist, weil solchen Short-Squeez, wenn die erstmal Momentum bekommen, äh, dann ist es natürlich richtig die Kacke am Dampfen bei denen, die die Shorts halten. Und natürlich kann dann der kleine Mann Geld machen. Und hier war sozusagen mal die Masse des Internets gebündelt, die Schamintelligenz, äh, so stark, dass, so kurz sagen, die Big Boys aus dem Markt getränkt werden, beziehungsweise irgendwann halt die Short-Position auflösen müssen, weil die Spikes nach oben, dann sagen halt die Banken, die die Aktien verliehen haben, so, sorry, also, äh, das wird bei uns, äh, bei euch jetzt ein bisschen zu rot. Äh, habt ihr da eine Position zur Absicherung oder wollt ihr nicht mal die Position schließen, Margin Call, ähm, und, ja, so wird das bei einigen gewesen sein. Und das ist auch so der Grund, warum alle sagen, hier, kaufen, 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 kaufen und alle mit reinziehen. Aber man muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass man dort, äh, nicht mit reingezogen wird und falsche Sachen machen, die man nicht versteht. Das ist jetzt zum Beispiel der Entertainment-Part gewesen. Der wichtige Part ist jetzt so ein bisschen, was wir daraus lernen können, äh, mitnehmen können. Nämlich das Ganze ist schon mal passiert, ähm, und das ist so der Mother of All sozusagen Infinity Short Squeezes. Da hat sich sozusagen, ähm, ja, VW, Porsche und sowas damals leicht verhoben. Da gab's das Gleiche. Da wurde auch versucht, äh, die Gegenpartei sozusagen zu übernehmen mit Short Squeezes und das ging dann auch komplett nach hinten los. Und der Preis ist damals, glaube ich, von 150 auf 1000 hochgesprungen. Dann ist, glaube ich, auch dem letzten Shorter klar gewesen, fuck. Und dann wurden hier einfach mal 30 Milliarden verbrannt. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt auch schon so viel sind. Also der eine oder andere wird wahrscheinlich schon ordentlich Geld gemacht haben von den, äh, Wall Street Bets Leuten. Man muss auch mal sehen, was da losgetreten wird. Also das ist schon richtig, richtig crazy. Da hab ich mir dann jetzt überlegt, okay, was für Chancen gibt's denn da? Wie kann man von dem Ganzen profitieren? Hab ich jetzt nicht so schön aufgeschrieben. Werde ich dann vielleicht nochmal ordentlich machen. Die eine Chance, die ich zum Beispiel sehe, die wäre dann halt schon ein bisschen crazy. Ich hab zum Beispiel einen ehemaligen Studienkollege, der arbeitet bei so einem, äh, äh, ja, Quant Fund. Die machen zum Beispiel, ja, so Datenanalysen und machen darauf ihre Trading-Strategien. Das wäre zum Beispiel unglaublich interessant. Ich weiß aber nicht, wie schnell sozusagen dieser Arbitrage-Effekt wieder verschwindet. Die ganzen Anfänge waren zum Beispiel mal, dass man Algorithmus schreibt und Twitter filtert. Äh, und dann so eine Art Sedimentfilter macht. Und wenn dann zum Beispiel Elon Musk und whatever macht man bestimmte Gewichtungen. Wenn da bestimmte Aktien gepusht werden, dass man die dann zum Beispiel momentummäßig einkauft. Möglichst früh muss man natürlich gute Indikatoren bauen. Also da muss man schon ein Profi sein. Also das ist schon so Schachdenken. Man würde wahrscheinlich inzwischen nicht nur sowas mal, ähm, ja, Twitter alleine machen. Man würde wahrscheinlich Wallstreetbets reinnehmen. So ein komplettes Sediment von Social Media. Ja, wahrscheinlich ist TikTok auch schon ein krasses Ding inzwischen schon. Also das wäre so ein bisschen, wie man davon profitieren könnte. Wenn man ganz extrem unterwegs ist und programmieren kann. Und da irgendeine crazy Stuff machen kann. Das wäre eins. Da braucht man aber viele Daten, gute Analysen. Aber ich bin mal gespannt. Ich muss mal meinen Studienkollegen fragen, was er da gemacht hat. Oder ob er auch schon seine Millionen gemacht hat. Könnte ich mir fast schon denken. Der hat immer so ein crazy Shit gemacht. Auf jeden Fall. Ansonsten ist das Ganze so ein bisschen wie ein Schachspiel. Also das, was jetzt passiert und was ihr lest und wenn ihr dann ansteigen wollt, irgendwie in den Kommentaren, ist meistens schon zu spät. Ähm, dann ist der Zug schon abgefahren, weil der Taxifahrer dir davon erzählt. Also du musst schon immer einen Schritt voraus sein. Also musst du dann schon entweder in dem Forum so deep dive drin sehen, dass du Bescheid weißt, wo was vorher schon losgeht. Und dann, wenn es so nach oben spiked, aussteigen kannst. Vorausgesetzt, Strait Republic und Co. machen da keine Strich durch deine Rechnung. Dann, wie kann man davon profitieren? Eine Chance. Generell würde ich mir das Ganze nur in so ein Zockerportfolio packen. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht, äh, da irgendwie Haus und Hof verwetten, wie das einige machen. Das würde ich, glaube ich, ganz, ganz stark begrenzen und kann davon auch nur abraten. Aber dann kann man sich solche Short-Squeezes ganz cool mitnehmen. Aber man muss natürlich verstehen, was man da macht. Wenn das Momentum sich entwickelt und so weiter und so fort. Man könnte mit Call und Optionen da auch reingehen. Aber dann muss man ganz, ganz, ganz genau gucken, was da wirklich passiert. Und nicht nur, weil man mal gelesen hat und dann einen Kommentar schreibt, wie der Nächste hier zu zeigen ist, nämlich die Gefahr. Er hat nämlich geschrieben, was ich krass fand, irgendwie unter meinem Video. Ey, ich verstehe gar nichts. Ich will doch nur GameStop-Aktien kaufen. Also, wenn ich das schon lese, extrem, extrem gefährlich. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. So Generation, äh, mir scheißegal, wie die Daten fundamental laufen. Ich kaufe die Aktie nur. Das ist eigentlich kein langfristiger Vermögensaufbau. Das ist eigentlich nur Gambling auf Steroiden. Ähm, man könnte theoretisch auch, wenn man ein Kit braucht, ins Casino gehen. Gut, geht gerade gleich nicht. Ein Online-Casino, auch nicht zu empfehlen. Da muss man sich auf jeden Fall aber ganz, ganz klar, äh, Grenzen setzen, aufpassen, das verstehen. Sonst ist da ganz schnell das Geld weg. Dann muss man auch gucken, bei was für Firmen, also, unterstützt man da oder kauft man und pusht man da? Äh, da muss man sich dann, glaube ich, nochmal genauer überlegen. Also, die ethische Seite so ein Stück weit. Nicht, dass ich da irgendwas vorschreiben möchte. Problem ist, ähm, viele adaptieren jetzt nur noch. Also, ihr seid nicht proaktiv, sondern ihr seid nur reaktiv. Ähm, also, das ist wieder diese Schach-Analogie, dass man schon vorher vor dem Main irgendwie im Market sein sollte. Äh, und ansonsten, was ich noch sagen kann, man muss definitiv verstehen, was man da macht. Wenn man, äh, irgendwie das versteht und getestet hat, auf einer kleinen Spielwiese oder nur auf einem Test-Dummy-Strecke, irgendwie mit einem Depot von, äh, weiß ich was, Demo-Depot, kann man noch ein bisschen gucken. Ähm, aber man muss wirklich aufpassen, da nicht blind die Medien nachzukaufen. Irgendwie jetzt Nokia wird ja auch wieder durch den Markt geschrien. Äh, nur wenn man das mal gelesen hat bei Reddit, ähm, klar, wenn man da tief genug drin ist oder wenn man so ein großer Mod ist irgendwie und man kann da drin sagen, ey, yo, ähm, die Aktie ist geil und dann selbst die schon gekauft hat und so Insights macht sozusagen, dann könnte man sich das überlegen. Ja, zum Schluss kann man noch so ein bisschen sagen, die Golden Nuggets, was ist so das Take-Away aus diesem Entertainment der französischen Revolution der Finanzmärkte vielleicht? Frage, was hat das mit nachhaltigem Wachstum zu tun? Ähm, das sollte man sich immer ethisch fragen, glaube ich. Ich würde mir lieber ruhigere Spielfelder suchen. Insgesamt also würde, wenn dann nur mit Spielwelt drangehen, dass ich sage, okay, ich habe mein Spielgeld, mein Zockerdepot, so wie der Sparkoyote. Ähm, dann kann man sagen, okay, ich mache das einfach mal mit oder eine Wette, aber nur ein bisschen. Man muss verstehen, was man da macht. Also man muss seinen Maximalverlust kennen. Also nicht, dass man so wie die Short-Squeezes sozusagen irgendwann in der Luft hängt. Und ja, das Geld auch so ein Stück weit abschreiben. Also das mache ich bei manchen Investments auch so. Dann sage ich, okay, das ist halt weg irgendwie. Ich bin bei Tesla, das ist ja auch noch. Ähm, ja genau. Das ist sozusagen mein Key-Take-Away zu dieser ganzen Thematik. Aktuell schön, Financial Porn sieht man da auf jeden Fall. Klar, ein Stück weit habe ich das jetzt auch mit aufgenommen. Aber ich habe versucht nochmal für euch die Chancen und auch Risiken aufzuzeigen. Die Take-Aways und wie man vielleicht, ja, diese französische Revolution nutzen kann als Gedankensprung. Wie man davon profitieren kann, ohne so wie die Masse zu handeln vielleicht. Ja, das soweit dazu. Aber jetzt bin ich mal auf eure Meinung gespannt, was ihr da so im Chat vielleicht zu sagen habt. Moin YouTube, hier ist Bastian von Tallerbox. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du konntest einige Golden Nuggets für dich mitnehmen. Wir wollen jetzt richtig durchstarten. Das heißt, mehr guten Content für euch, Interaktion und Überraschung. Also jetzt ist der Zeitpunkt zum Abonnieren. Ansonsten, wenn du gleich weiter durchstarten willst, verlinke ich dir hier rechts und links noch weitere Golden Nuggets. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, invest smart statt hart.